Klimaanpassung im Fokus. Egal ob Sie in der Architektur, Stadtplanung, im Klimaschutzmanagement oder in der Bauherrschaft tätig sind. Wir alle müssen unsere Städte und Gebäude so konzipieren, dass diese den Extremwetterereignissen standhalten und wieder mit der Natur in Einklang kommen. Nutzen Sie den Green Index für Ihre grünen Projekte. Auf unserer Website erwarten Sie hilfreiche Informationen zu den Themen Überflutungsschutz, Begrünung, Hitzemanagement und viel mehr. Aktuelle News aus der Praxis rund um das klimarobuste Bauen. Checklisten für Ihre Klimaanpassungsmaßnahmen und natürlich passende Hersteller und Dienstleister, die im Bereich des klimaangepassten Bauens tätig sind. Klicken Sie doch direkt rein und stöbern Sie in unserem Green Index. Gemeinsam packen wir es an. Für eine grüne Zukunft.